Ein Sombrero fiel vom Himmel und landete auf der Hauptstraße der Stadt, direkt vor dem Bürgermeister, seinem Vetter und jemandem, der keine Arbeit hatte. Ich hole ihn. Ich hole ihn. Aufhören! Ist das ein Sombrero? Hört sofort auf, damit! Das ist ein Skandal. Polizei! Polizei! Ich brauche da kein zweites Äthika. Äthika? Ja, Äthika! Ach so? Äthika!